Liebe Zuschauer, heute setzen wir unsere Fahrt fort und beginnen mit dem Skardersee. Auf dem Weg zum See legen wir einen Zwischenstopp ein, um die Insel der Heiligen Stefan etwas näher von oben zu betrachten. Auf dieser Insel befindet sich eine Siedlung, die im Jahre 1442 errichtet wurde, nach der siegreichen Schlacht gegen die Osmanen. In der Zeit von Tito war diese Insel als Hotelanlage der Superlativen eingeplant und gebaut und war nur zugänglich für ganz prominente Urlauber. Nach Titos Tod zerfiel Jugoslawien in einer kleinen Staaterei, wovon auch Montenegro betroffen war. Die Insel des Heiligen Stefan gehörte jetzt zu Montenegro. Die Insel war in einem sehr desolaten Zustand, da vieles zerfallen war. Und der Staat war fast mittellos, sprich pleite. Daraufhin verpachtete er die Insel mit einer Laufzeit von 30 Jahren an einer internationalen Touristikkompanie, mit der Vorgabe, eine komplette Restaurierung vorzunehmen. Die Wiedereröffnung fand im Jahre 2009 statt. Wir unternehmen eine Bootstour auf dem größten See der Balkanhalbinsel. Er ist integriert in den Nationalpark und gehört zum Weltnaturerbe. Er ist ein Juwel. Wir wurden auf diesem Schiff sehr herzlich durch den Schiffsführer mit antiquaten Getränken empfangen, die hervorragend schmeckten. Anschließend genossen wir die Seefahrt und die Natur pur. Der Skadasee hat eine ca. Größe von 300 Quadratkilometern. Aber nach der Schneeschmelze bekommt er eine Größe von ca. 500 Quadratkilometern. Davon entfällt ca. 2 Drittel auf Montenegro und der Rest auf Albanien. Seine durchschnittliche Tiefe ist nur 5 bis 9 Meter. Über 250 Vogelarten tummeln sich hier an dem Ufer und auf dem See, natürlich auch in der Luft. Weit über 40 Fischarten haben hier ihr Zuhause. Aber der Mensch kommt hier auch nicht zu kurz und kann sich voll mit seinem Vergnügen in diesen Seetummen und wird vom Pelikane, Störche, Reier, Seetadler und Komorane, so Ibize, lustig beobachtet. Rund um diesen See Wir haben Archäologen ein kleines Eldorado entdeckt. Bei Ausgrabungen fanden diese alte Häuser Sanftbrunnen und die Religion kam auch nicht zu kurz. Sie fanden viele alte sakrale Bauten und das nicht nur um, sondern auch im See und auf den Inseln auch. An den Flachstellen haben Algen und anderen Seefernzen ihr Zuhause. Ein Paradies für die Seevögel. Der See wird gespeist von mehreren Quellen und sechs Flüssen. Aber er hat nur einen Abfluss in die Adria. Der See ist geologisch gesehen noch recht jung. Circa 18.000 Jahre alt. Mit einer Fläche von 40.000 Hektar schließt der Nationalpark nicht nur den See selbst, sondern auch weitläufige Ufergebiete ein. Das ist ein Paradies für die Seele. Das ist ein Paradies für die Seele. Das ist ein Paradies für die Seele. Bauten Sie aufwärts sein. Untertitelung. BR 2018 Der See macht hier eine Biegung, aber was danach kommt, das erzählen wir euch in dem nächsten Film. Untertitelung. BR 2018 Liebe Zuschauer, jeder Samstag präsentieren wir für Sie einen neuen Film. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie mögen und schreiben, denn dazu gehören die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Filmteam